Einheit 6 Optimierung künstlicher Gelenke Aufgabe 4 Hören Sie den Abschnitt noch einmal und unterstreichen Sie die gehörten Informationen. Das Verhalten von künstlichen Gelenken, auch Endoprothesen genannt, und Knochenimplantaten im menschlichen Körper, wird vor der klinischen Verwendung im Vorfeld zunehmend virtuell, also an Computermodellen getestet. Unser Forschungsansatz basiert auf einer Kopplung von robotergestützten Testverfahren für künstliche Gelenke und Computersimulationen. Mithilfe von Robotern können aufwendige Tests an neuen Generationen künstlicher Gelenke durchgeführt werden. Sie verhindern bzw. verzögern mittelfristig mögliche Instabilitäten und Abnutzungsprozesse im künstlichen Gelenk. Das erreichen wir durch optimierte Implantatdesigns. Bitte überprüfen Sie jetzt Ihre Lösungen. www.hansgrohe.com